Hallo und willkommen zur Auflösung der kleinen 100 Abonnenten Special Verlosung. Ihr seht hier noch mal die Gewinne. Zunächst mal vielen vielen Dank, dass ihr so zahlreich daran teilgenommen habt, das hat mich sehr gefreut. Ich habe die ganzen Kommentare natürlich gelesen, ich habe auch geprüft, ob ihr wirklich Abonnent seid. Auch das habe ich getan. Natürlich auch geprüft, ob ihr alle Videos geliked habt. Nein, das habe ich nicht gemacht. Das war mir zu anstrengend. Noch mal vielen Dank für alles. Und ich würde denken, wir lösen das Ganze jetzt auch auf. Und zwar in 3, 2, 1... Tatatata. Es ist Anne. Anne hat gewonnen. Ich habe euch hier den Screenshot eingefügt. Ich habe random irgendeinen Kommentar ausgewählt, habe dann nur geschaut, ob derjenige wirklich abonniert hat, ob da alles passt und ob derjenige auch gewinnen wollte. Und ja, tut mir leid für alle, die nicht gewonnen haben. Tut mir wirklich leid. Ich habe aber das Paket nun einmal nur ein einziges Mal. Und mein allerherzlichsten Glückwunsch an Anne. Es freut mich sehr, denn ich weiß, dass Anne so ziemlich von Beginn an dabei war. Zu den weiteren Formalien. Ich denke, die anderen können wegschalten. Anne, das dürfte dich interessieren. Ich möchte dich bitten, mir eine Privatnachricht zukommen zu lassen. Wahlweise über Facebook, Instagram, Twitter oder über YouTube. Genau, das wollte ich sagen. Also hier über YouTube kannst du mir natürlich auch eine Nachricht schreiben. Bitte mit deiner Adresse und allem, was zu dem Gewinnspiel jetzt dazugehört hat. Also welches Poster du möchtest, ob du die Unterschrift auf dem T-Shirt möchtest. All das schreibst mir einfach eine Nachricht. Und ich freue mich darauf, dir das Paket zuschicken zu dürfen. Nochmal an alle vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Vielen Dank für eure Abos, für eure Kommentare, für alles. Und an Anne herzlichen Glückwunsch an alle anderen. Das nächste Gewinnspiel, die nächste Verlosung kommt bestimmt früher oder später. Spätestens, ich denke bei, sagen wir, 10.000 Abonnenten. Spaß beiseite. Also irgendwann kommt garantiert noch mal eins. Nicht die Hoffnung verlieren. Wie gesagt, es tut mir sehr leid. Ich habe das Ganze allerdings nur einmal. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.